Horoskop für heute, Waage, 5. September 2024 Entdecken Sie Ihre Zukunft mit meinem Tageshoroskop für Sie zu Liebe, Arbeit, Gesundheit, Geld und Kompatibilität mit anderen Zeichen. Es könnte heute klug sein, sich eine Auszeit zu nehmen oder sich auf die Vision statt auf die Details eines Plans oder Projekts zu konzentrieren. Der Mond verbringt den Tag in Ihrem 12. Haus und Sie können ein starkes Bedürfnis verspüren, sich zurückzuziehen oder zurückzuziehen, um sich auszuruhen und nachzudenken. Glücklicherweise kann ein alternativer Blick auf eine Situation faszinierend sein. Versuchen Sie, Problembereiche Schritt für Schritt zu bearbeiten, damit Ihnen Ihr Alltagsleben viel leichter fällt. Sich auf die überschaubaren Dinge in Ihrem Leben zu konzentrieren, kann Ihnen helfen, sich zu erden und Ihnen ein Gefühl der Kontrolle zu geben. Sie haben gute Energie, um sich heute von etwas aus der Vergangenheit zu lösen. Eine Venus-Südknot-Ausrichtung in Ihrem Zeichen hilft Ihnen, Stress und Anspannung loszulassen. Dennoch kann sie Sie überzeugen, den einfachen Weg zu wählen. Manchmal brauchen Sie einfach eine Pause, aber manchmal verpassen Sie Gelegenheiten zu wachsen und zu lernen, wenn Sie vor einer Herausforderung zurückschrecken, und Letzteres könnte heute der Fall sein. Wenn Sie bemerken, dass Sie häufig darauf zurückgreifen, Dinge alleine zu erledigen, obwohl es für Sie viel besser wäre, sich zusammenzutun oder die Last zu teilen, könnten Sie sich entscheiden, Änderungen vorzunehmen. Es liegt eine eher ruhige und besinnliche Zeit des Jahres vor Ihnen. Das liegt daran, dass heute ein Neumond in Ihrem Solarhaus eintrifft. Obwohl dies Sie dazu ermutigen mag, sich zurückzuhalten, neue Energie zu tanken und Ihre mentalen und emotionalen Batterien neu zu laden, können Sie diese Zeit auch nutzen, um etwas Unabhängigkeit und Einsamkeit zu genießen. Denken Sie in der kommenden Woche darüber nach, was Sie im vergangenen Jahr gelernt haben und wie Sie das Leben Ihrer Träume besser gestalten können, indem Sie Ballast, Unordnung oder Gewicht loswerden, das Sie nur zurückhält oder an die Vergangenheit bindet. Eine strahlende Zukunft erwartet Sie, aber zuerst müssen Sie Ruhe finden. Ist es an der Zeit, allein zu arbeiten? Normalerweise arbeiten Sie lieber mit jemand anderem zusammen. Dies ist jedoch möglicherweise nicht die beste Vorgehensweise, da Venus in Ihrem Zeichen dem aufsteigenden Mondknoten im Widder gegenübersteht und mit dem absteigenden Mondknoten in Ihrem Zeichen in Konjunktion steht. Die schicksalhafte kosmische Energie wird Sie dazu ermutigen, darüber nachzudenken, wie Kollegen und Kunden Sie möglicherweise zurückhalten. Sich in Ihrem Berufsleben auf andere zu konzentrieren, kann Ihren Erfolg beeinträchtigen. Es mag beängstigend sein, sich von diesem Muster zu lösen, aber es kann Ihnen helfen, sich selbst an die erste Stelle zu setzen. Priorisieren Sie Ihren Karriereweg. Vielleicht denken Sie insgeheim, dass es gut genug ist, etwas nur halbherzig zu tun. Nun ist es an der Zeit, dieses kleine Geheimnis zu lüften, die einzige Person, die Sie wirklich täuschen, sind Sie selbst. Beginnen Sie damit, Ihr Verhalten zu regulieren und zu bemerken, wenn Sie von Ihren beabsichtigten Zielen abweichen. Es ist durchaus möglich, dass Sie Ihre Ziele zu hoch stecken. Versuchen Sie, Ihre Trainingszeit zu reduzieren, Ihre Ernährung zu lockern und es sich zur Gewohnheit zu machen, regelmäßig das zu erreichen, was Sie sich vorgenommen haben. Die heutigen Schwingungen sind anstrengend und langsam und werden dafür sorgen, dass Sie heute ungleichmäßig vorankommen. Sie werden den Eindruck haben, sich zu schleppen und nicht in der Lage zu sein, zu handeln oder sich schlecht zu verhalten. Dies ist also der Moment, um Ihren Kopf frei zu bekommen und die Angelegenheiten auf Ihrem Schreibtisch in Ordnung zu bringen. Dann können Sie über andere Dinge nachdenken und ein neues Tempo in Schwung bringen. Warum nicht ein neues Projekt beginnen? Wenn Sonne und Mond in einem nostalgischen und nachdenklichen Teil Ihres Horoskops stehen, markiert dies den Beginn des einmonatigen Ausklangs Ihres alten Solars. Diesmal geht es sowohl darum, sich auf Ihr neues Solar vorzubereiten, als auch darum, dieses abzuschließen. Inzwischen steht Venus bereits in der Waage. Der Mond ist weniger als 48 Stunden von seinem einzigen Besuch entfernt, während Venus in der Waage steht und dem letzten, bevor er nächsten Monat als bedeckungsbringender Neumond zurückkehrt. Obwohl der Wunsch besteht, weiterzumachen, liegt der heutige Tag eher darauf, die Reise abzuschließen, auf die sie dieses Solar mitgenommen hat. Pluto ist gestern möglicherweise aus ihrem romantischen Sektor zurückgewandert, aber dies hatte tiefgreifende Auswirkungen auf Venus, den Planeten der Liebe, der sich in seiner ersten vollen Woche in der Waage einrichtet. Nachdem er Ende letzter Woche sofort in einen freundlichen Aspekt gewechselt ist und das Wochenende eng ausgerichtet verbracht hat, hat er die Aufgabe bekommen, ihre romantischen Wünsche und Erwartungen für das kommende Jahr auf den neuesten Stand zu bringen und einen kraftvollen Start hinzulegen. Täglicher Planetenüberblick Der Neumond in der Jungfrau ist eine kraftvolle Zeit, um Samen der Absicht zu sehen, da er uns ermutigt, praktisch, produktiv und achtsam zu sein, wenn wir einen neuen Sechsmonatszyklus beginnen. Diese himmlische Energie lädt Sie ein, darüber nachzudenken, was Sie in den kommenden Monaten manifestieren möchten. Vielleicht denken Sie darüber nach, sich neue Gesundheitsziele zu setzen, sich zu einem Trainingsprogramm zu verpflichten, gesündere Lebensmittel auszuwählen oder ein Gleichgewicht in Ihrem täglichen Leben zu finden. Vielleicht ist es an der Zeit, Ihre beruflichen Ambitionen zu priorisieren und klare und erreichbare Ziele zu setzen, die zu Erfolg in Ihrer Karriere führen können. Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass sich die Dinge fügen, wenn Sie kleine, konsequente Schritte in Richtung Ihrer Ziele unternehmen? Diese Art von Energie umgibt diesen Neumond. Es geht darum, die Samen für Ihre Zukunft zu pflanzen und sie mit Sorgfalt und Absicht zu pflegen. Nehmen Sie sich einen Moment Zeit zum Nachdenken, was möchten Sie in den kommenden Monaten verwirklichen? Ob Gesundheit, Wohlstand, Beziehungen oder persönliches Wachstum, jetzt ist es an der Zeit, Ihre Absichten festzulegen und die Reise zu beginnen, um sie Wirklichkeit werden zu lassen. Es ist jedoch wichtig, sich daran zu erinnern, dass nicht jeder Fortschritt ohne Herausforderungen zustande kommt. Mars in Zwillinge steht im Quadrat zu Neptun rückläufig in Fische und erzeugt kosmische Reibung, die dazu führen könnte, dass Sie sich über Ihren nächsten Schritt unsicher fühlen. Waren Sie schon einmal so voller Energie und Enthusiasmus, dass Sie sofort loslegen wollten, nur um dann zu zögern, weil die Dinge etwas unklar schienen? Das ist die Art von Stimmung, die Sie erleben könnten. Ihre Handlungen werden zwar Ergebnisse bringen, aber diese sind möglicherweise nicht genau das, was Sie erwarten. Dies ist eine Erinnerung daran, erst nachzudenken, bevor Sie handeln, gründlich und aufmerksam zu sein und sich die Zeit zu nehmen, um zu überlegen, wohin Ihre Handlungen führen könnten. Die Energie, die Sie gerade spüren, ist stark. Sie sind voller Enthusiasmus und es ist kein Wunder, dass alles, was Sie in Angriff nehmen, so schnell und effizient gelingt. Haben Sie bemerkt, wie die Menschen um Sie herum Ihren Tatendrang und Ihre Entschlossenheit bewundern? Ihre Anerkennung stärkt Ihr Selbstvertrauen und gibt Ihnen das Gefühl, unaufhaltsam zu sein. Aber wie bei allem muss auch hier die Balance gewahrt werden. Achten Sie darauf, sich nicht zu übernehmen. Waren Sie schon einmal so selbstbewusst, dass Sie sich zu sehr angestrengt haben, nur um später festzustellen, dass Sie sich vielleicht zu viel vorgenommen haben? Dies ist Ihre sanfte Erinnerung daran, sich zurückzuhalten. Der Erfolg ist in Reichweite, aber es ist wichtig, auf dem Boden zu bleiben und sich nicht durch Arroganz oder Überarbeitung vom Kurs abbringen zu lassen. Finanziell ist der heutige Tag sehr vielversprechend, insbesondere wenn es um Neuanschaffungen oder Investitionen geht. Hatten Sie schon einmal das instinktive Gefühl, dass etwas ein gutes Geschäft war und haben später festgestellt, dass Sie damit goldrichtig lagen? Mit dieser Art von Intuition arbeiten Sie gerade. Sie haben ein ausgeprägtes Gespür für Gelegenheiten und lassen sich bei Entscheidungen nicht so leicht einschüchtern. Wenn Sie über einen Kauf nachdenken oder etwas überschüssiges Geld investieren möchten, vertrauen Sie Ihrem Instinkt, er führt Sie in die richtige Richtung. Und wenn Sie eine zweite Meinung benötigen, zöbern Sie nicht, Freunde um Rat zu fragen. Sie werden ehrlich zu Ihnen sein und Ihnen helfen, die beste Wahl zu treffen. Heute ist auch ein Tag, an dem Sie Ihren Mut zusammennehmen und langfristige Projekte in die Tat umsetzen sollten. Sie haben eine Idee, die Sie leidenschaftlich interessiert, aber Sie haben noch nicht den Mut gefunden, Sie voranzutreiben? Jetzt ist es an der Zeit, Ihre Ideen selbstbewusst zu vertreten. Die Menschen um Sie herum reagieren positiv auf Ihre Begeisterung und Ihre Ermutigung wird Ihren Schwung nur noch verstärken. Dieses neu gewonnene Selbstvertrauen ist ansteckend, nicht nur in Ihrem Berufsleben, sondern auch in Ihrem Privatleben. Schauen Sie sich nicht, diese Einstellung zu zeigen, denn sie ist der Schlüssel, um Fortschritte zu machen und Ihre Ziele zu erreichen. Bleiben Sie offen für Möglichkeiten und lassen Sie sich von den Ideen und Vorschlägen anderer begeistern. Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass sich unerwartete Gelegenheiten ergeben, wenn Sie Dinge unvoreingenommen angehen? Mit dieser Einstellung werden Sie in Ihrer Karriere wahrscheinlich Fortschritte machen, die Sie nicht erwartet haben. Und sobald Sie den ersten Erfolg erzielt haben, werden Sie feststellen, dass die Unterstützung, die Sie brauchen, genau da ist. Zeigen Sie heute etwas mehr Mut, verlassen Sie Ihre Komfortzone und wagen Sie es. Sie sind auf dieser Reise nicht allein. Es gibt Menschen, die Sie anfeuern, bereit sind, Ihre Siege zu feiern und Ihnen zu helfen, alle Herausforderungen zu meistern. Nehmen Sie also im Laufe des Tages die positive Energie und die Möglichkeiten an, die Sie umgeben. Egal, ob Sie sich neue Ziele setzen, wichtige Entscheidungen treffen oder einfach die Gesellschaft Ihrer Mitmenschen genießen, seien Sie sich bewusst, dass Sie auf dem richtigen Weg sind. Halten Sie Ihr Herz und Ihren Verstand offen, konzentrieren Sie sich auf Ihre Absichten und vertrauen Sie darauf, dass das Universum Sie zu dem Erfolg und Glück führt, das Sie verdienen. Sie schaffen das!